Diversifikation ist das Stichwort, wenn es um nachhaltige Geldanlagen geht. Diversifikation, auch Risikostreuung genannt, kannst du dir wie einen bunten Blumenstrauß vorstellen. Jede Blume steht für unterschiedliche Branchen oder Unternehmen und zusammen ergeben sie ein schönes Bouquet. Investiere also am besten in mehrere ETFs, die verschiedene Bereiche enthalten. Investierst du zum Beispiel in einen ETF mit dem Fokus Erneuerbare Energien, dann wählst du einen zweiten ETF, zum Beispiel für den Bereich Zukunftstechnologien. Dann hast du deine Geldanlage nämlich, Achtung, jetzt wird's nerdig, diversifiziert.